Ein Teil von mir will immer in meiner Komfortzone bleiben und nichts tun. Darum muss ich jeden Tag mit mir kämpfen. Ich muss an mir arbeiten, um besser zu werden. Aber manchmal, wenn ich fühle, als würde ich versagen, bin ich zu müde, um zu kämpfen. Ich entferne mich von mir selbst. Dabei übersehe ich, wie ich meine Mitmenschen durch Worte verletze. Das Einzige, was mir hilft, ist Gebet. Es gibt mir meine innere Kraft, um zu kämpfen und Schwierigkeiten zu überwinden. Jesus hilft mir, besser zu werden. Und darin finde ich Glück. Amen. Vielen Dank.